Herzlich Willkommen liebe Partner zur LR Joyce Online Schulung. Diese Schulung soll Sie dabei unterstützen, Ihre Profi-Kollektion sicher zu präsentieren und professionell zu verkaufen. Der Begriff LR Joyce setzt sich zusammen aus zwei Wörtern, die für unsere Kollektion stehen. Das Wort Joy für Freude und für Spaß, den Sie beim Tragen des Schmucks haben und auch beim Verkaufen. Und der zweite Begriff ist Choice für eine große Produktvielfalt, große Auswahl und für viele Zielgruppen, die Sie mit dieser Kollektion erreichen. Aus Joy und Choice wurde LR Joyce. Nun möchte ich Ihnen die Modelle präsentieren, die Sie in Ihrer Profi-Kollektion haben und werde Ihnen einzelne Schmuckstücke an den Modellen Yvonne und Friederike zeigen und auch erklären. Beginnen möchte ich mit dem Modell Cool Candy. Das Modell bietet zwei fantastische Ketten mit Glassteinen, die an leuchtende Bonbons erinnern. Das Ganze in Rhodium-Optik. Rhodium ist ein Edelmetall und es stammt aus der Gruppe der Platinmetalle. Mit Rhodium beschichtete Schmuckstücke bestechen durch ihren Glanz in silberfarbener Optik. Bei Yvonne haben wir jetzt einmal die Farbe Fantastic Violet. Friederike trägt zu ihrem schwarzen Kostüm New Clarity. Das sind Bernsteinfarben, Naturtöne, die sich jedem Modestil anpassen. Die Steine werden einzeln bedampft, sie sind facettiert und durch die Bedampfung zusätzlich bekommen Sie einen extremen Glanz. Je nachdem, wie sich das Licht verhält, glitzert die Kette und lässt sich in der langen Version tragen, aber auch doppelt gelegt in einer kurzen Form. Wir sehen hier vorne einen Knebelverschluss. Auch eine Besonderheit der Ella Joyce Kollektion, denn Verschlüsse müssen nicht immer versteckt hinten getragen werden. Wenn sie so dekorativ sind, dann dürfen sie auch gerne vorne getragen werden. Eine weitere Besonderheit bei dem Modell Cool Candy sind die Ohrhänger. Eine komfortable Länge, die sich bei vielen Frisuren anpasst. Und auch hier nochmal das Schimmern, das Funkeln, man spricht hier von irisierend. Zu kombinieren zum Modell Cool Candy lässt sich die Serie Express Yourself. Express Yourself, das sind wunderschöne Ringe in Edelstahl mit einem facettierten Glasstein. Es gibt drei Farben bei Express Yourself und das sind die Farben Ice Queen, Cosmic Grey und die Farbe Galactic Purple. Die Besonderheit von Express Yourself ist der Edelstahlring mit seinem großen, facettierten Glasstein. Die Farben darunter liegend sind jongierend. Man nennt es auch Katzenaugenoptik. Und je nach Lichteinfall kann der Ring heller oder dunkler wirken. Als nächstes habe ich das Modell Hearts of Desire. Eine dreireihige Y-Kette. Man nennt sie so, weil sie die Form eines Y hat. Und unten sehen wir wunderschöne Herzen in Bicolor, die beim Tragen einen leichten Klang von sich geben. Der besondere Clou dieses Schmuckstücks ist hier in der Mitte des Y. Durch diesen kann ich die Kette verstellen und ideal meinem Ausschnitt anpassen. Die Beschichtung ist nach neuesten Technologien und so sicher, dass die Mechanik keinen Abrieb auf der Oberfläche erzeugt. Das ganze in Edelstahl. Und dazu passend ein Armband und Ohrhänger. Und auch beim Armband gibt es viele kleine Details, wie zum Beispiel einen Herz-Knebel-Verschluss. Bei Yvonne habe ich jetzt das Modell Key to Your Life. Eine wunderschöne Erbskette. Rodiniert. Wiederum mit einem Knebel-Verschluss, den man dekorativ auch nach vorne tragen kann. Und die Möglichkeit, diese Kette auch doppelt zu legen, um sie damit in der Länge zu verkürzen. Die beiden Schlüssel, einmal in rodinierter Optik und in der vergoldeten, bestechen durch ihr individuelles Design am vergoldeten viele funkelnde Kristallsteine. Die Besonderheit, da wir mit diesem Schlüssel auch sagen möchten, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Unten im Schlüsselbad, ein kleines LR-Logo. Passend zu Key to Your Life, ein Gliederarmband in Edelstahl. Bei Seal of Life haben wir wunderschönen Edelstahl-Schmuck. Diese Kollektion ist unisex. Das bedeutet, es können Männer und auch Frauen gleichzeitig tragen. Jedoch gibt es die Ringe nur in Damenringgrößen. Diese Art von Ring nennt sich Siegelring. Siegelringe werden von Herren gerne am kleinen Finger getragen, von Damen auch ruhig am Ring- oder Mittelfinger. Wir haben die Kollektion in zwei Farben. Die eine Farbe nennt sich Pure White oder Piano Black. Bei den Ohrhängern finden wir kleine Kreolen mit einem Edelstahl-Anhänger. Wer möchte und sein Outfit verändern möchte, kann diese beiden Voneinander trennen und eine dezente Kreole tragen. Das Collier von Seal of Life ist doppelreich mit einer Edelstahl-Kette und einem Lederband in Schwarz. Die Kundin hat die Möglichkeit, diese beiden Ketten auch voneinander zu trennen und jedes der Bänder einzeln zu tragen. Das Modell Just Like Me gibt es in den Farben Velvet Ocean, so wie hier bei Yvonne, Rose Sensation und Magnetic Grey. So findet jede Kundin ihre Lieblingsfarbe zu ihrem passenden Kleidungsstück. Insgesamt hat dieses Kettenmodell vier variablen Einzelstücke, die Sie unterschiedlich zusammensetzen können und sogar daraus ein Armband zaubern können. Wir haben hier die beiden Ketten von Lovely Pearls. Eine bewusst sehr weibliche Linie mit fantastischen Glasperlen und wiederum der Knebelverschluss, den man optisch auch zeigen darf. Einmal in Golden Dream einer Rosé-Vergoldung oder in Purple Glam. Da sehen wir Rosé- und Lilatöne an einer Rodeokette. Beides wird ergänzt durch passende Ohrhänger. Royal Couture. Eine Schiffsankerkette in einer exklusiven Rosé-Vergoldung. Auch hier ist wieder diese hochwertige Beschichtung nach neuesten Technologien angewandt und das Ganze ein Edelstahlmodell mit höchstem Tragekomfort. Friederike trägt das jetzt als Y-Kette. In Wirklichkeit sind es aber Armband und Kette. Also ein fantastisches Collier mit unterschiedlichen Tragemöglichkeiten, wenn man es mit dem Armband ergänzt. Zeigen möchte ich auch nochmal, wie man mit dem Verlängerungskettchen dieses Modells einen Ring zusätzlich anbringen kann. Und so bekommt das Modell gleich wieder eine ganz andere Optik. Einfach mal ausprobieren und spielen. gutt, wie man es gibt. Und ich den Markt habe ich alleine noch einen Darbesta Ellenbester und die